Brauch ich's gar nicht, ich hab Temporal Shaled. Das heilt halt komplett wieder hoch. Den ganzen Schaden, den ich in den 6 Sekunden nehme, heil ich wieder. 5, 4, 3, 2, 1 Kaffeln muss. Laufen. Die Waffe war ein bisschen eich weit vorne. Ein bisschen aufpassen, Leute, bitte. Nehmst du den Boss wieder? Ich nehme den Passieren. Ja. Nehmst du Waffe in 5? Pass auf. Bummt. Erzähl im Powerhandling 5. Erstmal second 5. Steffen jetzt deins. Genau, wenn's ausgelassen ist. Ich spotte den Wolf an. Kicken. Nächste Waffe kommt. Laufen. Okay. Welcher Caster startet hier da vorne? Ich starte kein Caster, der geht auf mich. Er war nicht ein MW mehr, deswegen hat er den Caster gefehlt. Adze den Powered Boss durchziehen, bitte. Handicap läuft nicht aus. Pensa läuft jetzt aus. Ja, du hast noch 8 Sekunden. Ja, ich seh's. Played alive. Mach die Adze. Adze in die Militin. Ich möchte noch nicht in dich nehmen. Ich kann auch nicht in die Militin. Ein Gesetzesansagrumpf mit einer Hase. Ich für mich bin in die Militin-Sagrumpf. Ich kann auch nicht in die Militin-Sagrumpf. Ich kann auch nicht in die Militin-Sagrumpf. Ich kann auch nicht in die Militin-Sagrumpf. Ruhig lauf Also dort kann man sich da eher sparen Ich kenn Schaden mehr So, jetzt bitte wieder gucken, dass ihr nicht zu viele Kugeln nehmt Boom oder Punkrockers 2.1 Und Grüße damit dich und das ganze Technobase für MT We are one Kuschel Ein Lick noch? 2.1 1.1 2.1 3.1 Blau 2.2 Drüber Michael, willkommen, bitte! Ich bin boss Ich bin boss Ich spalle mich selber Quirling Rapsch, geh nach hinten AM läuft Ich mach's beim nächsten AM Ne, AM hebe ich mir auf für die Empowered Ok Laufen Spott Im Moment seine Puppe in Wubble machen Kappel was? Ich bin wieder übernommen Joga nicht heilen, kann Henrik nicht heilen Bis dann, nochmal übernommen Joga nicht erinnert Im Moment seine Puppe in Wufs Ich bin wieder... Die nächste Wurling Rapsch Ich bin wieder aufschwirbeln Nach hinten, nach hinten, nach hinten, hinten! Er standen wieder so ungünstig? Ja, die Medis sind zu früh losgelaufen Mach die Waffe bitte down Den Boss Wiederkommen Übernommen Er wird wieder Toffen Brauchst du die Bombs, sonst bleib ich hier stehen Bleib stehen Hinten, Knobbeln, go So, ich hab die Musik Mit der Mission Über 1 links Verschlecht wieder Irgendwie kugel zusammen in der Zeit, wenn es 2 nirgends auch nicht 2 2 es hat jeder also wir haben gerade gleich für den Power der Corruption beide Devos ready ein spannendes Sekunde hab ich meine ja soll ich die erste oder jetzt weiter nehmen dann? mach du die erste dreht er sich eigentlich immer zu Rimo? ne der dreht sich immer da wo frei ist ja weil er Rimo mal kurz ins Target nimmt wieder zu blau rüber übernommen dann halt ich bin übernommen Sport hinten beide 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 heiler oder? 4 gut damage auf die Waffe bevor die Ads bohren ja bitte du magst die erste Demo läuft noch mal schöne Grüße an dich weil du es vorher nicht gehört hast macht schön eure Ads bitte macht schön eure Ads zwei Tanks jetzt vorne Klaffer ist da Klaffer ist da bleibt ja grün stehen claim Boss ja übernommen Momos übernommen Halt Momo raus Waffe kommt in 3 Waffe kommt in 3 Waffe kommt in Corruption Geht auf Range bitte Direkt danach kommt die Axt Dass ihr die nicht zu nah dran legt Ich hab Lockset nicht in Range Mach die Axt Waffe kommt ganz hinten Pass, kommt nach vorne Ich ruhe die Axt Mach die Axt und push den Boss Mach die Axt und dann den Boss Ich sporte Boss Beide Milis Beide Milis So 12% Wir haben gleich Übergang Alle in die Mitte dann Ich hab den Boss Alle Bloodlust jetzt Go Bloodlust Schön Knubbeln Kommt hinterm Tank Knubbelt bitte hinterm Tank Wenn auf uns ne Waffe kommt Laufen wir zu Blau Zweite Potion nicht vergessen bitte Wenn ne Waffe kommt Gehen wir zu Blau Waffe zu Blau Beide Control Beide Control Komm bis gleich Knubbelt wieder Knubbeln Beide Control Raushauen Unterbrechen 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 Ah dann noch unterbrechen Sehr gut Waffe Laufdorf range Laufdorf range Laufdorf range Eigene cooldowns ziehen Gesundheitssteine Alles ziehen Ads ignorieren Ganz wichtig Ads werden durchgetankt Niemand versucht auf die Ads machen Ich komm nicht an euch ran Komm nicht an euch ran Komm nicht an euch ran Keine Chance Acht Sekunden mit meinen Control Ich bin immer noch Ne Was ist das Was ist das Jawoll Alter Scheiss Jawoll Die Einhandwaffe bekommt